Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider Äh, okay, ähm Das ist echt jetzt schon ein bisschen härter, dass ich das hier gespielt habe Ich weiß nicht, was ich denn Brauch schon Kleine Ausrüstung Nötigen Sie den Dietrich, okay Ähm Ich weiß nicht, was ich denn auch nicht mehr so ganz genau, was wir machen müssen Mussten Ähm Da muss ich jetzt selber erst mal Presseln, du kannst Okay Das kriege ich noch alles hin Das auch Ah, okay Gut, ja, stimmt, das war, ja Okay, dann Kletterte einfach dann Ja, natürlich Äh Okay, äh So, ich So, gleich direkt die richtige Taste hier treffen Ich gehe krachen Okay, ähm Also ich kann mich daran erinnern, dass der eine Typ wollte, dass wir Funkmasten Ähm, sabotieren Das weiß ich noch Das weiß ich noch Ist mir gerade so ein bisschen Am Anfang der Aufnahme aufgefallen Da gibt es sogar noch ein Relikt Da müsste ich Ach ja, das ist das, was ich vergessen habe Und Jetzt weiß ich gar nicht War ich da schon Weil wenn ja, dann habe ich da auch einiges vergessen Ne, ich bin von hier gekommen Genau Da, das habe ich vergessen Und von dort aus dann darüber Und hier Befinde ich mich gerade Und Muss Also kann für den Hübschen Kollegen Äh Was machen Gibt da eigentlich Da war ich schon drin Okay Tja Äh Da würde ich sagen Huch Nein, verdammt Das wollte ich eigentlich gar nicht So Mist Ich wollte von da oben eigentlich Dann da oben eigentlich das Reh Äh Weg eliminieren Dietrich, okay Ich brauche auf jeden Fall Dietrich Komisch Mittlerweile brauche ich Für jedes Spiel Was ich spiele Einen Dietrich Das kann ich Das lustige ist auch Ähm Ähm Was würde ich sagen Achso Ja Die Welt hier ist so offen Du weißt Über dem Spiel Eigentlich fast gar nicht Wo du hier direkt Anfangen sollst Aber ich denke mal Wir Machen jetzt ja einfach irgendwas Shit Okay Die habe ich gemacht Kann ich noch fix Das ja mal Kann ich auch noch mehr Ne So Puh Wölfe machen mich immer so nervös Komm mal hier fix Noch einen Die schlacht mal ganz fix Gibt es ja nicht Zweier Ich mag das nicht Wenn mich das Dann gleich von hinten Anhuckt Nice Oh ich habe das Tier sogar direkt getroffen Oh Darf ich mich jetzt Nein Ernsthaft Mir fehlen Pilze dafür Äh Sheet Hallo Kann ich den nicht Auch So Okay Ich würde fast sagen Ich glaube mehr als Drei gibt es ja pro Höhle Nicht ne Ach ne Ach ne Warte mal Es müssten Viere sein Ja gut Ist das denn noch Okay Ich dachte jetzt schon Hier gucken mich gerade ein paar Augen an Dass da irgendwie gerade ein bisschen Arc creepy aus Äh Ja Ist Hier gibt es nur nicht Als so viel Merke ich gerade Um genau zu sein Gibt es ja Hier gibt es was Ne Hier gibt es nichts Wir sind ja wirklich Gar nichts Hier gibt es was Das können wir fix mal mitnehmen Ich weiß wo Noch Nicht wofür ich das eigentlich brauche Aber das habe ich bis jetzt noch gar nicht gebraucht Wir befinden uns ja auch noch Eigentlich direkt am Anfang des Spiels Ich würde sagen wir haben in dieser Höhle alles Daher können wir uns ja eigentlich auch wieder rausschwingen Was den Kollegen habe ich mitgenommen Gut dann nehme ich jetzt das Reh noch mit Und diesen Kollegen Nein kann ich nicht Weil ich bin voll Ich habe immer noch dieses optionale Ziel Ich will Hier eigentlich wirklich alles mitnehmen Was man hier finden kann Unter anderem auch Wirklich Die ganzen Eingänge Was Warum Die habe ich doch aber alle schon zerlegt In der Höhle war ich doch schon drin Boah ernsthaft Boah Das finde ich so uncool Oh den renne ich jetzt mal nicht hinterher Weil ich habe keine Giftpfeile mehr Wo sind die Ach da Ob ich sie alle beide treffen Nois Okay So gut Ich Höhle Verstehe ich nicht Ist das durch speichern Echt nicht Gespeichert worden So Mist Da muss ich echt nochmal in die Höhle rein Ich habe aber keine Pilze Ich kann mir keine Giftpfeile machen Das ist heute so das Das ist heute so das Genau Ah Daneben Einfach nur Fug Ich sehe gerade was Was ich unbedingt ausprobieren möchte Ich weiß aber nicht Das habe ich mir fast gedacht Kann ich an der Seite hoch Wo ist das Kann man hier irgendwas machen Blub 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 Heizequelle Öl Irgend so was Da würde ich eigentlich auch noch nicht hin Dann gehen sie noch hin Okay Warte wir probieren das Ne das bringt mich auch nicht weiter Jedenfalls nicht direkt Okay Ich muss da hoch Da ging noch ein Seil dahin oder Ja Das ist hier oben Da Okay Da will ich hin Alle Jups Ja Da will ich auf alle Fälle hin Das könnte gegebenenfalls nämlich der Eingang sein Wo ich hin will Warte kommt man hier noch weiter hoch Anscheinendlich Liegt mein Wolf wieder da Dass ich den von hier oben wegbauen kann Nein Schade So Ähm Interessant wird es jetzt natürlich Wie komme ich da hoch Okay 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 Oder das ist der Könnte das so ein Krypto Eingang sein Ähm Okay Hier gibt's Nichts Ich kann nicht nur an komplett vereisten Wänden hochkraxeln Sondern auch an so leicht vereisten Wänden Das ist natürlich Mein Wolf liegt aber noch nicht da Kann doch mal nicht wahr sein Ich bin noch mal zurück Wärter das hier Sondern ab Ups Station Ja das ist Ja verdammt Das ist nicht das was ich suche Nop Das ist wirklich nicht das was ich suche Äh Ach Shit Wie groß das Gelände ist Einfach mal nur Übel ab Nur mal Affig Und dann Wo gehen wir uns jetzt erst runterfahren Oder Nee Im richtigen Winkel Oh Bleibt's hier Ähm Ich höre Ich kann immer gucken Wo sein Wolf Wo geht der überhaupt hin Der geht doch runter Oh Guckt mal Könnte das da hinten noch sein Dass ich da Irgendwie vielleicht Es sieht stark da noch aus Ist ne Hey da werde ich nicht hochkommen Und da muss ich mit Sicherheit Langkrag sein Um dann da hoch zu kommen Könnte das ja eigentlich fast sein Und da gibt's noch meinen Höhen eingang Okay Ja Also ich muss mich wirklich so weiter bewegen Dann muss ich noch da irgendwie hin Und da hin Ich weiß gar nicht Ob das überhaupt alles so funktioniert Wie ich mir das denke Jetzt überlege ich ob ich ganz fix erst mal das Ding da kaputt mache Optionale Ausforderungen Ich werde das auf jeden Ich werde das auf jeden Fall alles machen Weil ich möchte unbedingt Entweder die verbesserte Ähm Pistole haben Oder Einen Fucking neuen Bogen Eins von beiden will ich haben Obwohl mir der Bogen Echt lieber ist Irgendwie Da oben gibt's Feuer Und da will ich auf jeden Fall jetzt mal Da gibt's aber auch irgendwas Ja das kannst du Hier kannst du's vergessen Es ist das was ich mir fast gedacht Habe Da musst du nichts machen Und Ups Hier sagt er mir Jetzt dass das Kletterwände sind Das ist natürlich auch so geil Das habe ich jetzt auch selber rausgefunden Okay hier kann man sich ausruhen Hier gibt's noch so'n Ding Jetzt überlege ich gerade Gehe ich da Gehe ich dort jetzt rein Oder mache ich erst Diese komischen Funktürme zu Ende Der letzte wäre dann da Von dort aus könnte ich dann direkt weiter Aber von dort aus müsste ich mit Sicherheit Erst wieder zu dem zurück Und Ich weiß auch nicht Ob der mir gegebenenfalls Einen Dietrich gibt Damit ich hier Jeden möglichen Kram aufmachen kann Wäre schon cool Aber das weiß ich halt nicht Jetzt müssen wir hochkönnen ich will da die Wettbewerbs die Wettbewerbs so er hat es okay bin ich jetzt okay hier geht es jetzt zu dem letzten Funkmast Angst okay ich glaube wenn ich jetzt hier hoch gehe muss ich direkt weiter gehen ich glaube das bringt dann nichts weil anders kommst du ja dann nicht wieder zurück gehe ich davon aus ich bin mir gerade nicht ganz sicher anders wirst du es nicht hinkriegen wenn ich sehe gerade dass der scheiß Funkdorm nicht hier oben ist so dann fuck ich noch mal da unten das ist der da alle so ja oder da oben die Wand dann lang kraxeln ich denke mal es wird nicht nur ein Weg da hingehen oh der tat bestimmt weh oh was haben wir hier fix welche herstellen wie sieht es aus wie war es mit Licht oder mit Licht oder irgendwas weil ich sehe nichts was also ich sehe nicht was das so sein soll hier irgendwie mal so eine Fackel oder irgendwas damit ich gucken kann was das genau ist aber da hat keinen bock mir irgendwas anzumachen ok da machen wir das liegt hier irgendwas interessantes rum oh ne kiste kriegen wir die auf yo 3 von 400 teilen gefunden halbautomatische Pistole na das läuft können das ja nicht die Triche sein nee irgendwie irgendwo die Triche rum Munizierung kann man auch mal gebrauchen nee womit ok ok äh jetzt kraxel ich mal ganz weg da hoch ok ein Aufziehspielzeug also das ist vor allem ein komplexes komplexes Aufspielzeug äh Spielzeug boah ich hab heute absoluten Sprachfehler ähm eigentlich schade dass sie das nicht mal irgendwie aufziehen kann weil mich würde interessieren wie das ganze jetzt funktioniert ok das ist alles recht buggy äh nütze ich aber halt auch ein bisschen aus wo bin ich jetzt hier ach hier bin ich an dem Sägewerk ok ich wollte eigentlich zu dem Kollegen zurück und ihm sagen dass jetzt die Kommunikation komplett free ist und mal gucken was der mir eventuell sogar zu bieten hat falls der mir überhaupt irgendwas gibt ich wusste es es war mir so klar ich warum war mir das so klar vor allem wo war die andere Kiste hier ich hatte irgendwo noch eine ne das war so eine Art Schrank wenn ich nochmal suchen muss wofür ich auch einen Dietrich brauche das ist ich habe es ich habe es mir so gedacht ok Revolver ist glaube ich der den ich jetzt die ganze Zeit schon habe ne ok ok ähm ich sehe gerade ich habe drei neue Pistolen Halbautomatische Pistole Mondschatten und Accepter Nox Accepter Nox ähm Schadenrückstoß Nachladen Munitionskapazität Schussrückgrenze ich denke mal die wird es wahrscheinlich R sein 8% abgeschlossen unbekanntes Zubehör Upgrade verfügbar äh Upgrade verfügbar Ach hier cool ähm ja damit kann ich ja Schussrückgrenzen und alles erhöhen warte mal die ist ja runtergegangen von daher mache ich die direkt auch wieder hoch sauber habe ich hier eigentlich alles hier habe ich alles cool äh Fähigkeiten habe ich zwei Stück bin ich gerade ein bisschen unsicher was ich nehmen soll oder Ausrüstung vielleicht mal gucken Ressourcen erhöht das wäre nicht schlecht ich hatte vorhin das Problem dass ich nämlich nicht mehr genug Zöcke nehmen konnte Daneben Daneben oh leck mich fett ich bin so ein schlechter Schütze jetzt hat mich das echt ein bisschen deprimiert aber das taucht nur hier auf ne optionale Herausforderung mit diesem äh Grab ist hier so in der Gegend also müsste das doch eigentlich hier irgendwo eventuell sein oder also dass er Juhu, die geht rein, zack, Licht an. Ich hör's doch schon. Ich hör' ich noch einen, ich bin der Meinung hier aber noch einer. Ich hab' doch gerade noch, noch irgendwas gehört oder, hab' ich mich da verhört, war das einfach nur das letzte Quieken des Wolfes? Ich bin mir unsicher. Aber hier scheint nichts weiter zu sein, von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Okay und ich geh' davon aus, dass hier nichts weiter drin ist. Ich bin auch der Meinung, ich war ja schon drinnen. Aber ich geh' auch mal davon, ich war ja schon drinnen, weil hier das ist abgeschlagen. Okay, dann spawnen die Viechter neu. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal den Endcut. Däumchen wär'n Träumchen, ich weiß, ich klaue von mir Floyd. Digga, es tut mir leid. Äh, nein. Hast nur einen Daumen da, wenn's euch gefallen hat. Die Leute, die mich in der Abobox haben, die verpassen natürlich kein Video von mir. Die Kommentarbox könnt ihr gerne mit benutzen. Ich freu' mich über jede konstruktive Kritik. Ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis später.